Alex Marquez gab sein Gresini-Ducati-Debüt in Portima mit einem spannenden Kampf um den 4. Platz. Trotz einer Strafe verspätete Rennen erzielte der Spanier in zwei Jahren sein bestes Ergebnis. Willkommen zum Rennen in Portimi. Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Jack Miller Start, Rennesmaferic Vinales, Gose und Gans, Miguel Oliveira und Marc Marquez, Crash, Marco Bezki, Alex Marquez, Johann, Zarko, Jorge, Martin, John, Mir, Brett, Binder, Jack, Miller gewinnt das Rennen. Gewinner Vinales, Bagnaya, Bezki, Gewinnerin vorher im ersten Sprint in der Geschichte des MotoGP über Querti, der Moto2. Weltmeister 2019, Ziellinie auf dem 9. Platz, 5,711 Sekunden hinter Ducati, Brand, Coleagou und Sprint, Gewinner Peko Bagnaya. Platz, Marquez bleibt bis zum Ende an Spitzen der Gruppe, musste sich aber nach einem Fehler in letzter Runde mit dem 5. Platz zufrieden geben. Ich habe alles versucht, um den 4. Platz zu halten. Aber in Kurve 14 ging ich ein bisschen von der Linie und Johann Zarko nutzt es. Der Grisini Ducati fahre über Querti, Ziellinie 8,125 Sekunden hinter dem Rennsiger Peko Bagnaya hinterliess KTM, Ats, Brett, Binder und Jack, Miller, Fabio Quartararo, Aprilia, Factory, Star, Aspargaro direkt dahinter. Ergebnisse MotoGP Resportima Peko Bagnaya, Ducati 25 Runden in eine und 40,5 und 20,401 Minuten Maferic Vinales, Aprilia, plus 0,687 Sekunden Marco Bezecki, Ducati, plus 2,726 Johan Zarko, Ducati, plus 8,060 Alex Marquez, Ducati, plus 8,125 Jack Miller, KTM, plus 8,38S Fabio Quartararo, Yamaha, plus 8,543 Alex Espargaro, Aprilia, plus 9,294 Alex Rennes, Honda, plus 11,591 Johnnier, Honda, plus 16,992 Takakina Kagami, Honda, plus 17,448 Augusto Fernandes, Gas Gas, plus 1,20 723 Franco Morbidelli, Yamaha, plus 27,050 Raúl Fernandes, Aprilia 2 Runden dahinter, Luca Marini, Ducati, 4 Runden dahinter, Jorge Martin, Ducati, 6 Runden dahinter, Fabio Di Gianonio, Ducati, 15 Runden dahinter, Miguel Oliveira, Aprilia, 23 Runden dahinter, Marc Marquez, Honda, 23 Runden dahinter, MotoGP, Ergebnissprint, Portima Bagnaya, Ducati. 12 Runden in 19,52 und 50,86 2 Minuten, Martin, Ducati, 0,307 Sekunden, Marc Marquez, Honda, plus 1,517 Miller, KTM, plus 1,603 Vinales, Aprilia, plus 1,854 Alex Espargaro, Aprilia, plus 2106 Olivera, Aprilia, plus 2940 Zarko, Ducati, plus 5,595 Alex Marquez, Ducati, plus 5,711 Quartararo, Yamaha, plus 5,924 Raúl Fernandes, Aprilia, plus 8,160 Rins, Honda, plus 11,288 14, Morbidelli, Yamaha, plus 17,133 Nakagami, Honda, plus 18,108 Digian Antonio, Ducati, plus 20,205 und 30, die Weltmeisterschaft der Gesamtfahrer nach 2 von 42 Rennen Bagnaya, 37 Punkte 2, Vinales, 5 und 20, 3, Bezecki, 16, 4, Zarco, 15, 5, Miller, 15, 6, Alex Marquez, 12, 7, Alex Espargaro, 11, 8, Brät, Binder, 10, 9, Martin, 9, 10, Quartararo, 8, 11, Marc Marquez, 7, Augusto Fernandes, 3, RD, 16, Olivera, 3, RD, 17 Morbidelli 2 ND Konstruktoren der Meisterschaft Ducati 37.2 113 Yamaha 8DH Ducati Lenovo 37.2